Wow! Nein! Ey, ich wollte dich nur weggraben. Oh ja! Ich hab's gesehen, das ist ein Scholl. Äh? LOL! Ey, du bist vor dem Fake-Punkt! LOL! Was mach ich da? Ey, ich fahr einfach so runter! Nein! Nein! Junge, willst du dich resten oder was? Ich war alleine drüben. Ja, fahr doch, ich hab keiner was machen muss, Bruder! Ja! Ich hab nur Aris getrollt, das ist nicht richtig. Ja, er fährt einfach runter! Nein! Nein! Wuhu! 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 Seid herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wird's wieder legendär! Legendäre Runde! Nugi, Aris und Deko spielen heute Skillnice 4K70 Contender! Ein Russischer Ma- Hallo! Moinsen! Servus! Servus! Herzlich willkommen zurück! Alter, was ist das für eine krasse Kanne hier, Alter! Ohne Mist, ich hab letztens erst wieder so eine kleine Doku gesehen, wo gesagt wurde, dass Katzen, also Weird Start jetzt für die Folge, einen Pimmel haben, der so Stachel hat, damit der drin bleibt. Achso, das hab ich auch schon gehört. Und irgendwie musste ich gerade, als ich das Auto gesehen habe, daran denken. Sieht so ein männlicher Schwanz aus. Hä? Ich weiß, ich hab, ich hab irgendwas gehört, dass die Widerhaken haben. Ja, ja, Widerhaken. Ja, willst du mal bei deiner Katze nachschauen, oder? Eigentlich unbedingt, ne? Natsu, komm mal her! Okay, Muchachos, ihr kennt die Ludus, ne, alle! Da muss man so, miau, 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 miau! Hallo, ich bin Mr. Cringe, wie geht's euch? Wir sind jetzt gerade mal drei Sekunden drin. Und dann kommt die rote Rakete, Junge! Das ist Edward Natsu-Set. Hä? Ah, Nalan. Wir sind jetzt gerade mal drei Sekunden in der Folge und schon wieder so, so random Talk. Ja, ey, ey, das hast du mal angefolgt. Ja, 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 deswegen, es tut mir leid, Muchachos. Neue Leute musste ich ja nicht begrüßen, die sind eh jetzt schon wieder weg. Aber, die haben mal wieder ein bisschen Wissen gejobbt, ja? Falls ihr das nicht wusstet, Katzen haben eiskalt einen Widerhaken-Schwanz. Könnt ihr das nächste Mal in der Schule mit angeben. Ja, ich weiß noch nicht, wo man das droppen könnte, das Wissen. Hä? Kann ich mich noch retten? Ey, ich bin so dämlich gefahren hier. Es war so dämlich! Oh. Oh. Geh ihn runter. Oh. Ne. Hier falle ich selber runter. Oh, Alter, da muss ich rüber oder was? Ja. Jetzt macht Kinder da ein Gelexe. Oh, ja. Oh, ja. Ist das schön. Oh, Happy Day. Oh, das hätte ich mir vielleicht auch vorher denken können. Nein. Oh, ciao, Noogie. So einfach, oder? Ja. Wo ist euer Problem? Hallo. Ja, ich hab das gecored. Digga, Aris ist ja richtig im Triadmos. Geiler Typ, Alter. Der muss erstmal wieder ein bisschen was gut machen. Und wenn er überhaupt noch nicht mal den zweiten Punkt geschafft hat, muss er jetzt hier. Ey, Aris. Daddy kommt, Alter. Wird dich holen. Hallo! Das waren die ganze 3 oder 4 oder so. Keine Ahnung. Daddy wird dich aber nicht holen, wie in deiner Kind, Alter. Digger, es wird schon wieder schmutzig hier. Oh, man muss aber echt fast sein. Geil! Und wie immer, wollen wir erstmal alle gleichzeitig sagen. 3, 2, 1. Guten Appetit! Ja, gut. Hat super funktioniert. Guten Appetit! Okay. Jetzt kannst du was sagen, was du sagen willst gleichzeitig. 3, 2, 1. Guten Appetit! Denn die meisten von euch sind natürlich wieder am snacken. Dankeschön, Deko, für diese Abrissbirne. Eher geht raus. Ich hab grad Aris ausgelacht. Hör! Nein! Was mach ich da? Digga, dieses ist gerade ausfahren. Checkt gerne die Beschreibung aus. Link zu unserer Partner, unter anderem auch zu Instinct Gaming. Da könnt ihr günstig Games kaufen für PC, Playstation, Xbox oder Nintendo Switch. Und! Falls ihr gerade keinen Cash habt für Games, dann könnt ihr auch bei unserem Gewinnspiel in Instinct Gaming machen. Da könnt ihr euch nämlich aussuchen, welches Spiel ihr gewinnen wollt. Und nicht nur Spiele, könnt ihr zum Beispiel auch eine Shark Card für GTA aussuchen. Fifa Foot Coins, falls ihr noch Fifa spielt. Spielt überhaupt noch irgendjemand Fifa? Und! Ihr könnt euch natürlich auch 100 Euro Steam-Boot haben und 100 Euro Playstation-Boot haben wünschen. Auch das geht, weil jetzt dass ihr euch genau wisst, was ihr euch wünschen sollt. Nein! Auch da ist eine Variante. Und zwar, das Gewinnspiel läuft 12 Mal im Jahr, das heißt jeden Monat. Bitte gewinnen und könnt auch jeden Monat wieder neu mitmachen. Ohhhh! Viel Spaß dabei und good luck! Gewinne, gewinne, gewinne. Hallo! Gewinne, gewinne! Digga, ich find's so geil, wie Aris nach vorne tried, den holen wir uns den Sack. Ey, den holen wir uns aber sowas von. Seid ihr bei dem Dach ganz gerade gefahren oder was? Ne, einfach rübergegetet. Was ist los? Ja, gespült! Ja, gehen wir los! Huah! Um mich zu regeln. Huah! 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 Ey, Alter, Europol hat mich grad angerufen. Dich auch, krieg ich auch voll oft Anrufe. Europol krieg ich auch häufig gerade. Echt? Gerade eben. Das ist natürlich eine Verarschung. Geht da am besten, ja, rangehen kann man, aber dann auch wieder auflegen und am besten die Nummer direkt gesperren als BAM. Aber hast du dir auch gesagt, dass du, keine Ahnung, verfolgt wirst von Johnny Depp oder so? Ich so, hallo? Das ist auch ne Computerstimme. So klingt irgendwie ein schlechter Witz. Hello. This is Europol. Ja, ja, your ID number has been used in fraud irgendwas. Keine Ahnung, ich hab direkt aufgelegt, aber. Deine Ausweis-ID wird benutzt, um irgendwelche Betrüge zu begehen, deswegen rufen sie dich an. Null. Ah, ja. Stimmt es, dass sie in Jamaika bestellt haben riesige Schlacht-Dildos im Wert von mehreren 1000 Euro? Oh, crazy shit. Bitte sagen sie jetzt ja. Ja. Was? Ihre Bestellung wurde erfolgreich abgeschickt. Deal. Nee! Oh, Aris, was machst du hier eigentlich? Warum ist der hier wieder bei? Oh, 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 oh. Du hast gerade geredet mit dieser Banks. Ja, Nugi Axe, first try, let's go! Woohoo! First try, Nugi, nice. Was hat er denn first try? Wo ist er denn? Oh, Ares, 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 ich bin bei dir, ne? Ich bin bei dir, Digga. Ich bin einfach komplett bei dir, Brudi! Hier gerade am Punkt oben? Ja. Hallo! Hi! Nein, 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 nein. Warum, ey? Ich kann einfach nicht geradeaus fahren. Es geht nicht! Ja, aber kein Punkt. Oh mein Gott. Wie wär's, wenn du einfach zum geradeaus fahren auf W drückst? Stimmen aus der Community? Stimmen aus der Community? Just saying! Just saying! Ja, die legendären Stimmen aus der Community, sie sind sehr fruchtbar. Also, ich weiß nicht, ob du es nach... Ja, das war der richtige Moment. Ich weiß nicht, ob sie ja schon wussten, nach acht Jahren geht ja, aber geradeaus fahren sie, wenn sie einfach nur W drücken. Oh, Ares hat verkackt! Hallo! Hallo! Ja, die kommt. Kuckuck! It's time for trolling. Hallo! Ey, aber jetzt mal ganz kurz nebenbei, ich find die Metze richtig geil aus. Ja, ich muss auch sagen, wir brettern natürlich hier gerade mit Triad-Mode hier richtig dich on. Wow! Nein! Ey, ich wollte dich nur wegraben. Ey, das war so Karma in mein Gesicht. Scheiße! Einfach bei Lieben zueinander sein, ist nicht so, ne? Oh, fuck. Nie! Oh! Ich hab grad von Mark auf Discord eine Nachricht bekommen, dass er unsere Videos liebt. Von wem? Du siehst ihn raus, Mark, hallo. Mark ist ein Scheiß-Name. Einfach so richtig random beleidigt. Einfach so richtig YOLO. Einfach random beleidigen, ey. Okay, ne, aber ohne Spaß. Mark, ne? Küsschen. Hallo. Dankeschön. Ich kann jetzt mal sagen, das ist ne Stelle, da wird Deko versagen, weil er es nicht abschätzen kann. Äh? LOL! Boxershorts! Boxershorts! Ey! Boxershorts! Deine Mama Boxershorts! Geh rein da, ey! Wo kommst du denn? Digga! Ey! Ey! Boxershorts, aber grandios links und rechts! Ey, Digga! Beide oder was? Nein, nur Deko. Wann hat ein Deko mich überholt? Hä? Ich hab dir gerade mal runtergestoßen. Das war nicht Marvin, das läuft. Hä? Er hat das eiskalt! Nein! 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 Okay. Mit der Boxershorts, bevor er alle Muchachs da übrigens reinbrät, sonst war ein Scherz, ne? Ey! Hallo. Sollte ich nochmal erwähnt haben, bevor... Ich war so ein bisschen auf Deko angelenkt, glaub ich. Genau, genau. So, ich kann doch einfach hier langfahren, ne? Oh, ne, kann ich nicht. Oh, der ist ja verkehrt herum. Ey, fährt runter. Ah, da will ich nicht langfahren, ne. Ist mir zu blöd. Oh, oh, hinter uns ist jemand. Hä, wie das so? Nein! Der kommt man durch? Achso, einfach so rumfahren, ne? Oh ja, okay, ist doch nicht... Willst du mich doch verarschen, Alter? Dieses Dreckswindrad. Ist das hier... Ist das ein Fake-Punkt? Ja, das ist auch schwierig. Keine Ahnung, wie Deko das geschafft hat. Ah, random. Ah, okay, alles gut. Ey, was hab ich random geschafft? Digga, hier war mir das jetzt richtig einfach. Äh... Ja, ja! Ich hab's gesehen, das ist ein Troll, geil! Ey! Ey, das war ein Fake-Punkt! Los! Alles von vorne! Ja! Ey, und Marvin hat wieder profitiert jetzt, oder was? Oh, Hammer! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ey, das war ja so lust! Vor allem, weil ich davor schon versucht habe, einen Punkt abzukürzen und nicht das Ding zu nehmen. Und da war es zugebaut. Oh mein Gott, Alter! Ey! Oh, Happy Day! Oh! Happy Day! Ey, der Troll war aber auch richtig gut, ey! Der war richtig gut! Digga, der war leider so gut, ey! Scheiße! Ja, da würde ich sagen, äh, hallo! Aber da sind wirklich auch so ein paar Trolls hier eingebaut, ne? Also... Hä? Warte mal, kann ich hier langfahren? So! Kann ich hier langfahren? Nein! Lol! Nein! Wie? Wie? Warte mal, kann ich da so rüberfahren? Nein! 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 Was mach ich da? Ey! Ich fahr einfach so runter! Nein! 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 Oh, ja! Immer diese Freude, wenn jemand verkackt! Oh, ja! Einfach so geil, ey! Oh, ho, 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 ho! Digga, aber geil war, dass du dich mal weggetrollt wurdest und was du verkackt hast, ey! Nein! No! Ich hoffe, du verkackst da auch noch, ey! Ist ja so schön, bitte! Ne, warte mal, ich muss einfach hier drüberfahren! Warum ist denn so eine Wand, Alter? Hä? Nein! Es ist das so eine kleine Rampfluss? Hör mal, wer er hier hat! Angelehnt! O! Kann ich da rüberfahren? Geil! Bei weiteren Sounds wird's glaub ich, äh, schwierig. Okay, sorry. Nein, ich hab verkackt! Oga, oga. Oh, oh, schade. Hey, aber wie geht denn das da, Marvin? Ich hab keine Ahnung, ich hab einfach so rübergefahren. Aber hast du schon auf diese Stangen draufgeschafft? Nein! Hä? Sting, ich versuch's jetzt rückwärts. Du hast doch nicht rückwärts genug Speed, um da rüber zu fahren. Döh... Was war das denn? Döh... Was war das denn, ey? Döh... Döh... He, wie geht das?! Ich hab keine Ahnung, wie das geht? We talk! Ja, wir sind gleich bei dir höchstwahrscheinlich. Warum wartet ihr denn nicht einfach mal auf Nuggi? Ja! Wir haben doch gewartet hier! Wir sind doch grad dabei zu warten! Okay, gut! Danke! Ich hab verkackt die ganze Zeit! Das freut mich! Ja! Ich hab verkackt, weil ich immer Ares gesehen hab, wie über den Gramm wollte! Weil ich dann schnell schnell gemacht habe! Bin's torturegefahren! Ja... Kann der irgendwas mit H? Oder kannst du vielleicht einfach nach rechts rüberspeeden? Das funktioniert nicht. Warte mal, wo ist überhaupt der Punkt? Ich hab's gewartet. Da hab ich aber richtig was gut gemacht. Ist hier irgendwo vielleicht... So willst du vorfahren und schauen, wie das geht? Fahr doch! Ja, fahr doch! Ich hab keiner was machen muss, Bruder! Ja, lass Aris vor. Ja, los, ich fahr weg. Fahr! Ja, ich lass dich vor! Du musst wegfahren, Brudi! Ich hab doch keine Ahnung, wie das geht hier! Oh, jetzt schnell! Wenn du mir sagst, wie das geht, dann küss ich deinen... Nee, küss ich nicht. Woah, war das knapp, Alter! Alter Schwede, ey! Oder ist da irgendwo... ne Sache, wo man vielleicht drauf droppt? Lol... Ich bin grad nach unten gejobbt, war auf ner Plattform, weil ich bin dann respawned, weil ich dachte, das ist falscher. Plattform? Ist das richtig gewesen, oder was? Ja, ey, das ist richtig! Es ist Eiscount richtig! Ja! Ich hab mir grad die Streckenführung angeschaut. Ich hab nur Aris getrollt, das ist nicht richtig! Ha! Er fährt einfach runter! Nein, nein, das war richtig! Ey, Aris! Ey, eiskalt, ne? Digger! Was denn? Nein! Ja, dass es hier richtig war! Dass ich eiskalt gere... Lol! Nein, ist doch falsch! Wo bin ich? Nein! Hä? Ne, oder? Was jetzt? Lol! Und Aris ist mitgefahren! Hä, was? Ne, das ist doch falsch! Das ist doch falsch! Hä? Oder die andere Leute? Ich hab keine Ahnung, Aris tut mir leid, aber... Ich glaub, das ist... Hä? Ja, gut! Hä, das ist auch der Spawn, wo ihr wart, ne? Echt? Ja! Hä? Loh, das ist wirklich der Spawn! Ich glaub, der ist auch der Spawn! Okay, wir müssen irgendwie da oben rein! Äh, warte! Stell dich mal hin, ich versuch dich mal rüberzukicken! Los! Irgendeinen, den ich von hinten da jetzt rüberramme! Ja, hier, komm, let's go! Vor keiner kommt! Vor keiner kommt! Okay, drei, zwei... Boom! Oh! 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 Warte, ich kann auch mal reinstoßen! Ja, stoß mal rein da! Stoß! 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 Ja! Da kommt nix! Da kommt nix! Okay, da kommt nix! Ja, dann, ähm... Ja, ich... Warte mal, fahr mal zurück! Ich fahr mal... Versuch mal rechts! Habt ihr schon mal versucht, rechts? Guck mal, könnt ihr... Versuch mal, rechts unsichtbar langzufahren! Siehst du die Treppe, die da rechts anfängt? Vielleicht geht man davor rüber... Ja! Wie hat's jetzt geklappt? Die Frage ist, ob er trenner fahren kann! So? Ah, das ist doch nicht richtig! Er ist drüber, aber die Frage ist, kann er weiter! Oh, 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 yeah, hee, oh, 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 oh... Ah, was mach ich da? Ähm... Kannste nicht nur? Also... Mit ganz viel Glück! Ey, Digga, wie soll das denn gehen, alter? Hm, hm. Oh! Huh! 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 Oh! Oh ja, guck mal! Huh! Es wird halt niemand anderes hinbekommen. Ja, habt ihr Pech gehabt. Ich fahr jetzt weiter. Jaaa! Ne, check ich jetzt gerade. Du kommst doch hier oben drauf oder nicht bei mir? Ja, aber wie kommt man da hin? Ja, mit dieser Treppe, die hier rechts von mir ist. Was für ne Treppe? Ah, du fährst jetzt einmal bei dir den Kreis rum, genau. Fahr jetzt vorwärts. Ich muss das Eis gerade rückwärts machen, ne? Vorwärts, vorwärts, vorwärts. In den Kreis fahren, du musst doch vorwärts fahren. Nein, das ist doch zu! Okay, dann musst du einmal außen rum fahren. Ne, da geht es nicht lang, Aris. Hä? Ja, dann musst du Aris jetzt zuerst den Try machen. Du musst die Eis gerade... Nein! Aber was für ne Treppe denn da? Ist zugebaut, du musst die Eis gerade in WarRide wechseln. Ich muss ja mit WarRide fahren, Alter. Ja? Niemals, ey, das kann doch nicht sein. Ich versuch's jetzt, aber... Ey, und dann muss ich da landen. Das ist doch nicht deren Ernst. Was ist das für ne Map, Alter? Ich kann nicht rammen, Aris, dann kommst du rüber, so wie Marvin. Oh, es geht so! Nein. Hä? Aris hat's. Nein. Wirklich? Also Aris kann es sagen. Wenn du drüben bist, dann hast du's. Ja, doch drüben ist. Marvin war da auch komisch, weil X hat sich nach rechts gewiggelt dann. Ja. Lol. Mhhh. So. Wiggle wiggle. Oh! Es geht? Nein! 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 Ich hab verkackt! Oh, ich muss mir das kurz anschauen, wo ich da drauf muss. Aha. Aha. Okay. Oh! Aua! Ich bin drückt als Gegengefahr, das hat nicht funktioniert. Ja, ich war auch nicht komplett gerade gegen, sondern eher... Ey, willst du mich verarscht?! Was? Ey! Ich hab nur verkackt, weil ich meine Kopfhörer-Mikrofon verhindert habe und ich's wieder zurückdrehen wollte. Ey! Stopper gegen? Ey, 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 das ist... Oh! Oh! Geht so? Ja. Ich hab's drückwärts alleine geschafft auch, genauso wie... Oh, okay. Aber ist er verkackt? Hä? Hä? Vielleicht hab ich auch verkackt? Ich hab's... Alleine, lol. Hä? Hä? Ich hab dich gestupst? Ja, aber ich war doch schon drüben. Nee, du warst gar nicht drüben. Doch! Hätten wir doch mit der Num-Taste wieder hinten nehmen müssen, dann wär ich auch so drüber gewesen. Ja, ich war drüben. Junge, willst du dich schlafen oder was? Ich war alleine drüben. Mama, ich kann alleine einkaufen. Ja, kann ich auch. Oh! No God. Gehst du? Bin alleine. Also jetzt alle einfach rückwärts oder hallo? Ja, sieht so aus. Kann mir einer helfen oder so? Ja, du musst jetzt wirklich die ganze Zeit den Heinrich massieren. Oh, ich muss ab dem Zeppelin schon runterfahren? Yep. Boah. Alter, okay. Das ist aber auch ein bisschen fies hier, ne? Und du hast es geschafft eigentlich? Du warst drüben auf der anderen Seite? Nee, ich bin da beim Void fahren, hat sich wie gesagt meine Kopfhörer verpisselt und dann hab ich hier ganz kurz versucht, das wieder gerade zu bekommen und hab mich dann überdreht. Aber der hat erstaunlich viel Grip. Noogie! Ja, ich versuch's schon. Nein! Ich hab verkackt, aber es ist einfach. Danke, Marvin. Das war nicht mein Begehr. 300 Jahre später! Ja! Okay, ich hab's auch. Deko, ich komme, ne? Ich fahr. Warte, ich fahr. Geht er weg. Und jetzt einfach hier raus, ne? Einfach... Einfach in die Ecke. Okay. Hab ich. Oh mein Gott! Okay, wir kommen langsam weiter. Warte, ich komme auf, Marvin! Nein, ich will nicht. Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Ich hab vorher gewusst beim ersten Try, ey. Oh Mann! Habt ihr das geschafft? Wir haben das geschafft, ja. Also den Wallride zumindest, ne? Jetzt bist du auf die Treppe hoch, wo Nagi verkackt hat. Ich war schon oben bei der Treppe, ey. Treppe ist einfach. Seid nicht da so ein Speed, ey. Dann nudel ich dich weg, ey. Hey! Vielleicht muss die Treppe auch rückwärts hochfahren. Ich hab grad ein bisschen Angst, Deko. Und er wird lernen. Er wird lernen. Warte. Das ist die letzte Scheiß hier, ne? Nur noch das hier. Ja. Ja! Oh! Wir haben den leckeren Punkt! Hallo! Hallo! Hat ungefähr 20 gedauert. Ja, zum Glück war das ziemlich einfach. First Try. Ist das richtig? Okay, das ist sogar richtig. O morning! Ichiras ob auf so Skiern hier auch. Digga. Ich bin einfach durchgesai- actually durchgeslidet und durchgeslidet. A morning! Etwa ok, merk ich nicht mehr. Das war ja nicht gut. Hmmm. Woow. Äh. Aber das ist ja, Eisen highlight mit Fake- давайте. Ey, nein! Was passiert jetzt? Ich frag mich, was du da gerade machst, hier. Also ich frag mich, was du da gerade machst, also. Hä? Doch. Hey, jetzt geh doch da rüber, du Lachsnacken! Oh, Juch. Ey, first time war das so geil, ne? Ich bin da in so scheiß Skifahrer-Kufen drin gewesen, ey. Deswegen hassen, by the way, Snowboarder Skifahrer, wegen dem Willen, die sie in die Strecke reinmachen. Nein, fick dich! Nein! Jaaaa! Und wer hat's geschafft? Nein! Ich hab's geschafft! Wir hat es! Ja, ich hab's! Ey, richtig unverdient, muss man an der Stelle nochmal sagen. Richtig easy, muss man sagen. Loll, man kann sich ja... Loll. Man kann sich ja am Ende nochmal richtig ausrachten, ne? Ey, come on. Ey, ich möchte in die andere Richtung! Ja, man kann sich ja nochmal ausrachten. Was war das? Dekosch? Hallo. Ein Zitat von Marvin. Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr helfen. Aber es ist zu leise leider. Ja, den machen wir noch lauter, den Knacko. Bist du ja auch zu leise? Weil hier ist er zu klein. Weil hier ist er zu klein, Loll. Hahahaha. 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 Den müssen wir eigentlich noch als Recker einfügen. Oh fuck. Oh! Alter! Ich war mit beiden Reifen schon neben der Strecke, ne? Alter! So, einmal hier rüber. Was? Nein. Nicht schon wieder. Oh. Wow! Alter! Marvin, die Ecke wird asozial. Ich hoffe, das war bisher alles ein Fake-Punkt. Das wäre richtig lustig. Respawn mal. Das waren, glaube ich, alles Fake-Punkte, ja. Ich werde nicht respawnen. Respawn, los! Hab mal Eier, respawn, los! Ey, kick ihn doch runter! Los! Kick ihn doch einfach! Kick, kick, kick! Kick, 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 kick! Ich guck jetzt Marvin zu, wie er hier verkackt, ey. Ich finde, die Banksen, die finde ich am crossesten. Banksen sind asozial, ja. Ach, schade. Weil das war der erste Pfeiler, der oben drüber geguckt hat. Ah, bla, bla, bla. Nein, nein, nein. Der war nicht eingepflegt von der Höhe her. Ey, es wäre so lustig, wenn das hier wirklich alles Fake-Punkte wären. Los! Verkack jetzt mal, Deko. Dann müsstest du nur noch einmal an die Rampe springen hier, ne? Verkack das jetzt, Deko! Nein, Mann! Los! Mach doch selber! Alle Leute wollen ein bisschen noch ein bisschen Fake- Ja. Bitte, bitte, bitte. Fick meine Eier! Und, wo ist er? Nein! Ja! 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 Geil, ey! Oh, geil, ey! Alter, ist das böse. Ich wünsche dir das letzte Ding vom Punkt. Ich wünsche dir das aussteigen, würde ich gestern, wenn ich jetzt wieder in der Falliahn lebe. Boah, ist das heftig, Alter, ist das heftig. Hey! Leute, wo kommt Aris her, ey? Aris ist der. Hi! Aris ist das auch. Aris, Boxershorts oder was? Was ist los bei dir? Was? Ich habe hier immer drecklich lacht. Das Boxershort, wenn ich mich rum wollte. Okay, Deko. Ich habe den Punkt noch gar nicht. Ich laber nur jetzt nicht rum. Ich hoffe, er ist noch ein Troll oder sowas, ey. Un, dos, tres! Papa hat der Punkt! Ich weiß, wer es am wenigsten verdient hatte. Hä? Deko, oder von wem sprechen wir hier, hallo? Ganz klar Aris. Hä? Ich habe den Punkt noch gar nicht. Nein, machen wir das am wenigsten verdient. Danke. Aha. Oh. Oh mein Gott, was für eine gestörte... Oh! Deko! Guck mal, unten links! Nein. Nein! Nein! Tanzt zusammen mit mir, Tanzt zusammen mit mir, Tanzt zusammen mit mir, Tanzt zusammen mit mir, Bei der Sunder. Ich mach liebe, liebe, liebe Leib. Tanzt zusammen mit mir. Kann ich im Film meine sexuelle Gefälligkeiten angebracht, deswegen... Oh, ist das geil, ey. Das glaube ich auch, ey. Schön, die Rassel hier! Ey! 100 Jahre später... Was jetzt? VAR REIN! Ja, alles klar, gerne. Und Deko extra für dich! So. aber ich bin langsam gefahren copyplus boxer shot sieht übrigens super scheiße aus cooles ding doch gerne selber aber der letzte punkt also nicht der jetzt sondern davor der Ey, Junge, der hier ist doch beschissen, Alter. Ey, ich schwöre dir, es ist so zum Kotzen, ich komm einfach nicht weiter da. Ja, am Ende gewinnt Nugi, deswegen Ehre geht raus, ne. Beschreibung abchecken, da geht's weiter zu Nugi, zu Ares und zu unserem Partner. Dann reingehauen. Ciao, ciao. Bye, bye.